Herzlich willkommen zu Lektion 1 des MOOC NADCAD, Naturgefahren, Naturrisiken und Katastrophenmanagement. Mein Name ist Dr. Philipp Ma, ich bin Senior Scientist in der Arbeitsgruppe Geomorphologische Systeme und Risikoforschung am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien und ich freue mich, Sie durch diese Lektion begleiten zu dürfen. In dieser Lektion wird überblicksweise in die Thematik der Naturgefahren eingeführt. Dabei geht es zuallererst einmal um die Frage, was Naturgefahren und Naturrisiken überhaupt sind. In diese Grundlagen führt sich Prof. Dr. Thomas Glade ein. In einem weiteren Beitrag wird darauf eingegangen, wie sich Naturgefahren und Naturrisiken in ihren Ausprägungen durch den globalen Wandel verändern. Anschließend daran werden einzelne Kategorien von Naturgefahren genauer betrachtet. Beispielsweise werden hydrometrologische Naturgefahren angesprochen und mit verschiedenen Beispielen anschaulich dargestellt. Bei den geophysikalischen Naturgefahren wiederum geht es um Ereignisse ober- und unterhalb der Erdkruste, beispielsweise um Erdbeben. Eine weitere separate Videoeinheit widmet sich schließlich biologischen Naturgefahren und damit Ereignissen wie Waldbränden und Heuschreckenplagen. Im letzten Beitrag werden abschließend noch kryosphärische Prozesse kurz dargestellt. Das heißt, solche Prozesse, bei denen wir es mit Wasser in fester Form zu tun haben und mit Phänomenen wie Gletscherrückgang sowie Permafrostdegradation in Bezug auf Hanginstabilität. Diese Inhalte werden von Prof. Dr. Jan Blöte von der Universität Freiburg und Dr. Sabine Kraushaar von der Universität Wien dargestellt. Es warten also viele interessante Themen auf Sie. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der ersten Lektion zum Naturgefahren. Bis zum nächsten Mal.